Hallo zurück, wir sind immer noch bei dem Fragequiz an den Häuptling. Ich hab dich mal schon an. Okay. Why send me to deal with the Skyclan? All to not respect Strala back at Baron Light. That and most of your marshals are dead? Correct. What about Catalo? Can't he do it by himself? He is maim, they will no longer respect him. That hardly seems fair. What is fair about losing an arm? Whether they respect him or not, Catalo still has worth. He knows the Skyclan, he was raised in their base. He will guide you well. You said you saw what's in the basement? I did. On the day of my greatest victory. What do you mean? For a dozen generations, the three clans battled for control of this hallowed ground. Only I achieved it. I fought for years. Killed whoever stood in my way. When I had finally slain all rivals, I stood alone in the grove. Victory was mine to save her. Or so I thought. Thunder roared from the east, and a boat of blue struck this place. That chamber. Gaia dies. And Aether arrives. All around me, the visions of the grove grew louder and brighter. And suddenly a new one appeared before me. The old ones spoke. And what they said changed everything. Uh, what's in? What did the old ones say to you in this new vision? The one called Faraday foretold the growing danger of the machines. And said we must unify to stop the marshals to enforce the peace. Then the vision faded, never to be seen again. I marked the spot where it shone with my spear. And I took Faraday's words to heart. Renounced war between the clans. Trained warriors to fight machines, ordained marshals through the cool route. And the chamber beneath the throne. You went in after the vision? I did. Inside is an ancient device. It hummed with power. You will see it for yourself after the cool route. This I swear. Tja, dann sind wir jetzt im Bilde. Bevor wir also an unser Ziel kommen, müssen wir erstmal Stammessachen klären. I'll do what you want and go north to deal with Dakota. But you better not forget about our deal. You will have what was promised. If you succeed. Speak to Deca on your way out. She will arm you for the road ahead. Ja, eine neue Waffe. Yeah. Darauf warte ich. Ja, mega gut. Warte mal, da war da auch noch so ein Datenpunkt hier. Jetzt sammle ich gleich mit ein. Tja. Darf ich da einfach hinter gehen? Mach ich jetzt einfach mal. Ich hab auch die Story, ne? Dass die so krass groß ist. Es ist nicht einfach nur, geh dahin, mach das und das. Es ist halt einfach richtig Politik, Gesellschaft, Leben. Es ist wirklich toll. Ähm... Vielleicht bekomm ich ja jetzt endlich mal so ein Brecheisen. Wisst ihr? So ein... Irgendwie ein Werkzeug, um... Um mal die ganzen verschlossenen Wege zu öffnen. Ich bin sicher, Aloy. Ich hatte gedacht, wir würden uns wieder in die Flüge und Blütene Marken wiederholen. Die Tika. Also, du hast es gemacht. Du bist mit dem Chiefs Guard. Es war nicht eine einfache Wahl, aber ja. Nachdem du geflogen haben, wir haben Kent auf dem Rest. Und ich habe gedacht, was er gesagt hat. Er hat seine Klan, seine Tribe, so gut wie er konnte. Ich muss das gleiche machen. Ich bin sicher, dass er stol. Und er hat mich reprimandiert, um mich zu verletzen, um mich zu verletzen zu sein. Ich kann das nicht haben. Danke, Aloy. Danke, Aloy. Streich als der Ten. Hm. Gut. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, was wir kriegen. Erstmal nehme ich mir das hier. Was ist es? Sag's. Hikaru sagte, ... inal Trip. Du darfst ihn für die Long Route nach Stonecrest. ... Viele Mechinen dibujen einiges und unsere Greyccipes haben醒ore ... Krieg活 und Rebels nicht damit, was je hab mith hare Signalnerran gemacht. Machines und Rebels ... was ich nie gesehen habe, früher. Achs � Math votre brenner sage, Ascended slopes until your legs burn and the chill air catches in your chest Then you'll know you're in the sky clans domain Strike true as the ten Aloy Was haben wir denn bekommen? Spaltender Scharfschussbogen Ähm Abras Präzisionspfeile sind jetzt für einen deiner Scharfschussbögen Ach, Pfeile Ähm Blablabla, okay, gut Gleich mal gucken Da, der ist blau Und ist der jetzt besser als mein grüner? Ja, wahrscheinlich schon Ich liebe den ja, ne? Und den benutze ich nur 76 und 160 Äh Ach so, der hat zwei Was hat denn der noch? Was ist denn das? Äh, ist das Schock? Hm Ähm Wo konnte ich die denn noch vergleichen? Kann ich hier gar nicht, ne? Hm Aber der ist eigentlich Muss er ja mehr drauf haben als der andere Den hab ich jetzt wahrscheinlich da drin Ja Ja Machen wir mal So, was kann der jetzt? 69 zu 102 Und ich kann ihn wahrscheinlich noch verbessern 69 zu 102 Ich hab vergessen, was der hatte War ähnlich, ne? Sonst muss ich ihn mal ausrüsten Und dann gucke ich, ob ich den irgendwo verbessert kriege So als Ja, aber wer will denn schnell sein, Aloy? Wir doch nicht Wir brauchen jetzt erstmal hier so eine So eine Verbesserungswerkbank Lass doch mal Lass doch mal reisen Können ja gleich wieder kommen Lass doch mal zu einer Werkbank reisen Oh Wir müssen aber echt ein ganz schönes Stück gehen hier Okay Wie war das noch? Woran sehe ich denn? Ob da eine Werkbank ist oder nicht? Naja Wir reisen halt hier hin Wach hoch, da So, und dann gucken wir nämlich mal Ob wir den Scharfschussbogen nicht schon gleich ein bisschen hübscher machen können Damit er uns dann auch Freude macht Weil den benutze ich echt Also Das ist meine Lieblingsposition eigentlich in meinem Waffenrad Ganz oben Und auf 5 Uhr oder 16 Uhr Also 12 Uhr und 16 Uhr Was esse ich denn jetzt? Ich lebe ja schon wieder zuckerfrei Spaßfrei sozusagen Und ich kann nicht sagen, dass es Spaß macht Ja Ich bilde mir ein Es ist halt gesünder, ne? Aber es ist halt auch scheiße Hier ist auch wieder ein Ausrufezeichen Aber eigentlich wollte ich nur mal schnell zu werken Neue Quest Tatsächlich Werkbank Werkbank Kiste Hey Hey, Stranger Jawohl Dachte ich mir, dass ich den schon verbessern kann Schnappmarbelbeutelgewebe und Brührrückenbeutelgewebe Ich gehe mal nicht davon aus Dass ich das jetzt hier kaufen kann Ich kann es mal versuchen Schnappenmaul und Brührrücken Nee, er hat hier gar nichts Mein Hund rutscht gerade vom Kissen Das ist so lustig Oh, gemein Das Kissen ist einfach zu klein für uns beide Warte, was ist denn das? Achso, das ist für die Kämpfer, ne? Oh, ja Oh, ja Oh, ja Was sind die Was ist das? Was ist das? Wahoo Was ist neu? Was ist das? Was ist falsch? Die Schraubhüterin Tauren Es ist das Was ist das Die Schraubhüterin Der沒事 Das ist das Es ist Was ist Entste Wir sind Jetzt Wir sind Achso Wir sind Wir sind Die Anrufe hat nichts gemacht. Die Klan haben früher die Kinder verloren, aber nicht während ich in Ordnung bin. Ich schaue mir das Ding. Es gibt ein paar Quarts hier. Es ist wahrscheinlich Sand. Ein bisschen Dirt und Klee mit einem roten Hügel. Sand, Dirt und Klee? Ich weiß einen Ort, wo alle drei treffen. Juste nach der Settelung. Versteh mich dort so schnell wie du kannst. Wait, du bist nicht nur jemanden? Und was, wenn wir das Relikt von dir wieder brauchen? Besonders, wenn du und ich ein Kind rescuieren? Der Klan wird das aufbauen. So, ich lass mal eben meinen Hund hier wieder aufs Kissen ziehen. Vorher sind mir komplett abgelöscht. Jetzt ist sie ganz runtergerutscht. Ich liebe diesen kleinen Mobs. Die ist so kaputt. Die hat den ganzen Tag gespielt und Bewegung gehabt. Das reicht für sie ein schöner Tag. So, da ist ein Fragezeichen. Wir machen gleich weiter mit der Haupt-Story. Ich will nur wissen, was das Fragezeichen ist. Und jetzt ist es auch schon weg. Ja? Ja? Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ist ein weiter Weg. Aber, ihr wisst ja, ich liebe es hier einfach rumzurennen. Und alles mögliche mitzunehmen unterwegs. Ein paar Maschinen kaputt zu machen. Zu sammeln. Oh, wir können mal gucken, ob wir hier so eine Reitmaschine kriegen. Äh. Nein. No, no, no. Kleines Reitmaschinchen. Niedlich, ne? Was ist das eigentlich? Abrisspräzisionspfeil. Geilo. Das ist natürlich geil. So. Ich hole mir jetzt so ein Reitier. Zack. 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 Ah. Weg hier. So. Ich hole mir jetzt so ein Reitier. So. Uh. So ein Piepmatz. Kann ich die nicht auch überbrücken? Hm. Ich weiß nicht, ob der Weg jetzt hier der intelligenteste war. Meine Reitmaschine ist ja auch nicht unbedingt die schnellste, ne? Was habe ich denn da gerade über einen Haufen geritten? Habe ich etwa ein Tier kaputt geritten? Hinter mir ist doch schon wieder irgendwas kaputt. Mann, Mann, Mann. Wildtier. Wir killen hier die ganze Zeit Tiere. Scheiße. Ja, vor allem, wenn ich sie dann gar nicht mitnehme. Ah, nein. Nein. Hm. Dann ist es ja so ein Unnützer verloren. Die Lust von Leben. Pixel-Leben. Hm. Hm. Schnell weg hier. Da sind Ruinen, aber die habe ich schon. Oh. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder hinter mir her? Ich brauche unbedingt eine schnellere Reitmaschine. Was? Reden wir hiervon? Okay, der war jetzt nicht so vereindruckend. Hey, guck mal. Ich kann es angreifen lassen. Das ist ja cool. Wie cool ist das denn? Einfach kämpfen. Also hier, R1, R2. Und dann ploppt es die anderen einfach kaputt. Wie cool ist das denn? Oh, oh. Okay, der ist bestimmt etwas größer. Wieso sind hier so viele? Irgendwann. Wo sehe ich denn, ob mein Tierchen lebt? Boah, dieses Schweinchen da ist ja ganz schön krass. Dieses Säure-Ding. Das da. Mein Tierchen lebt immer noch. Das ist ein gutes Tierchen. Oh, verdammt. Und das ist ja nicht so. Wo ist das hin? Hä. Ich bin nicht so nah dran. Die sehen ja aus wie so Windschweine, ne? Was hab ich denn hier? Also der überzeugt mich ja noch gar nicht. Mal den versuchen. Mh-hm. Hab ich's jetzt endlich? Alter Lachs. Tschüss. Oh. Was war das denn? So, jetzt aber. Meine Güte. Das hat ja bisschen gedauert hier. Alles nur, weil sie irgendwas mit Fokus gesagt hat. Wir sind immer noch voller Säure. Ich brauch mal so Reinigungstrinker. Aber mein Beutel ist halt auch noch nicht groß genug. Ich hab echt das Gefühl, ich spiele und spiele und spiele. Aber ich entwickle mich nicht so richtig. So. Uh. Das war was besonderes. Ein Stoßzahn. Okay, so. Und was hat sie jetzt erzählt von irgendwelchen Überlebenden? Was ist denn? Na klar machen wir das. Äh. Andere Richtung wahrscheinlich, ne? Oder wie? Ne. Okay. Okay. Baum umstoßen. Wow. Was geht jetzt ab? Eloy, wieso verstecken wir uns? Cool. Dass wir das hier gefunden haben. Oh. Oh. Oder wie? Na. Na gut, ihr Lieben. Ich wollte eh speichern. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play und machen mit der Story weiter. Mit der Hauptstory. Sind ja auch nur noch... äh. 345 Schritte. Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Okay. Hey. Ich freu mich auf euch im nächsten Let's Play. Bis bald. Malmögen.